hallo und herzlich willkommen zurück in der desasterwärts einer neuen folge neo wir sind hier tatsächlich in der mission die erbe der neo heißt und ja wir haben wurden in der letzten folge richtig von einem dieser scheiß gitarre ist abgefuckt der erhalten auf seiner blöden lauter gespielt hat und ständig irgendwelche gräber hier hinauf beschworen hatten beschworen hat und ja zu besiegen ist nicht so einfach okay kommen wir gar nicht kommen wir gar nicht vorbei ich kann auch gar nicht hoch okay dann müssen wir hier nach vorne latschen ja aber nichtsdestotrotz haben wir es geschafft diesen blöden gitarre zu erledigen und jetzt können wir hier ganz normal weitermachen wenn hier nicht hat noch mehr joker durch die gegend stoppen würden die uns das leben bestimmt nicht einfacher machen werden ich komme jetzt noch dran vorbei dass er uns hier behaft hier liegt ein stein lieber liefen sie bleiben jungen mag ist zu überraschen jetzt stellt sich große preisfrage ob man hier rein kann kann man tatsächlich hier ist definitiv das quest ziel das will ich aber noch nicht und deswegen ziehen jetzt erstmal weiter anschauen noch was in der richtung hier liegt dass hier eine nebenmission das schätze ich mal nicht viel da ist ein scheiß um die bose boom ja gar nicht naja die sterben so muss ich runterfallen da ist ein schrei weg damit da kommen wir gar nicht rüber da ist noch ein amrita oh gott ey das ist hier aber grenzwertig ne grenzwertig ein stein die 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 ich guck mir noch nicht dran jetzt oh gott geschafft Elter das sieht ja lustig aus , diese sidesteps diese diese beinarbeit hammer ist das vrai so democ Attention correlate für die die diese animation spams in den dark souls sind die auch einfach zu göttlich teilweise aber das hier ist wirklich extrem funny ich sollte vielleicht nicht da so na der ist nicht das problem den ich hier schon gut aus dem weg wollen wow was die können einfach zu besucht als heute machen was the fuck so nichts da du versächt oh ich passe auf den habe ich jetzt natürlich auch gut fire damage mitgegeben das stimmt noch mehr oder ja kommen wir noch mehr direkt auf die fresse bekommen ab dafür so den hätten wir schon mal klasse noch einer von denen kommt so ein ganz großes ding na toll so erstmal hier power up oh shit das hat nicht funktioniert der hier ist zum Glück gar nicht am werfen oh god kann ich oh man du blödes catfee zack wieder auf ah nein oh god scheiße nicht nerf nicht weißt du was ich baller dich jetzt einfach kaputt so was sagst du jetzt oh da kann ich jetzt so richtig was bleiben wolltest und nice so ja natürlich oh ne nein warum schweißt du die dinger oh ich hab ja gar keine aber ich hab noch ne kraftpille aber ich hab noch ne kraftpille aua und den und den kannst du auch haben zack ah ein bisschen dämmig konnte ich damit machen scheiße hab ich die trappe heilt oh god scheiße ich hasse diese rabentengue die sind sowas von ätzend oh ne oh ne jetzt sag bitte oh ne scheiße ich will sag dass ich diesen typen von dir auswerfen kann wenn du überhaupt nicht sworn bist her kann ich nichts von dem hören naja kümmern wir uns erstmal um den typen der muss auf jeden fall verrecken boom ich hoffe nur dass mir die muni nicht ausgeht ok ich kann den typen nicht hören und ich glaube der spawnt nicht warum wollte ich das nicht bleiben extrem dämlich Arne ich geh nicht in die richtung von der ich gedacht hätte ich da hingehen würde und und jetzt einfach durch bevor dieser typ von rechts kommt alles andere haben wir jetzt schon erforscht und ist damit unwichtig so erstmal das hier sichern ich will hier möglichst killen bevor ähm der eigentliche gegner erscheint aua nämlich genau der fuck 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 boah combo der uns direkt weg ey das muss man ihm lassen optimaler punish ich besser kätzen hätte man es nicht machen können alter ok ja die gegner killen ist eine sache aber man sollte vielleicht nicht so dermaßen seine verteidigung vernachlässigen das war nicht gut und noch zwei schusse eh scheiße treten mehr treten noch mehr treten das war ja klar so jetzt aber bam und kombos das war das war trotzdem noch mal geschafft oh oh wir sind wir sind schnell wir sind nicht mal ganz so schwer wie vorher so lita wir treten das letzte mal kommt er direkt weg vom boden aber diesmal leider nicht kommt bestimmt gleich dieser als typ von ja da ist er schon ok den kriegen wir vielleicht noch oh shit nix da kreis hübs so den hätten wir die werden jetzt auch verdecken wir sollen nehmen meine doppelt tachi wieso bekommen die äh die ganze einsätze so ich hoffe dass es reicht um die zu killen oh god so den fand ich jetzt auch das Ding da noch vorgegangen au die nerven das hat Drecke einfach aber jetzt hört das Ding natürlich auf ne aber nicht mit mir so 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 nimm den was so ich den ernsthaft nicht getroffen what the fuck ich weiß die sind nur nicht aufregend die sind wirklich nur zu nerven da da wirklich damage machen die nicht die sind nur zu nerven da ich lass mich auch durchfühlen ein bisschen damage auf den zu machen pass auf das Ding muss weg es ist einfach Sackschwert sich auf den zu konzentrieren jetzt schon wieder so scheiße fehl ach halbeste verloren du was steck dir nochmal zu ja natürlich oh Gott trifft alles andere als gut das macht er jetzt ich mach's eigentlich wenn der Würfel man kann einfach dann in gehen und äh nicht einen nicht ne so und man kann dann wirklich viel auch machen wenn man wenn man wenn man den Druck hat und es richtig macht Elixier das ist sehr gut das werde ich jetzt auch sofort brauchen denn jetzt richtig ätzend wenn jemand zu meiner Ganusbrüll kommt den was kann ich nicht uhuhuhu ah fuck ich wisse mich nicht oh vorbam du wirst dich halt merken dass die immer diesen Kick hinter dir machen aber das Kick kann ich auch aber das Kick kann ich auch fuck ah jetzt hab ich mich ignoriert aber es hat gar kein Damage ganz breit uuuuh kalkuliert ah ah so jetzt drauf da so haha okay es wird besser gegen die das wird definitiv besser gegen die Raben Tingu das war jetzt schon richtig richtig nice ach das ist das Schwert ach ja was wir schon wieder für Strapazen auf uns nehmen mussten nun wegen einem fucking Schwert ich mein es bestimmt ein sau starkes Schwert aber äh letzten Endes ist es doch nur so ein komischer Griff mit so scharfen Metalldingens dran negative das ist ja wie ah aber was heißt das wüsste ich jetzt gerne noch Wenn wir das Haus über die Strecke überwinden können, dann können wir die Strecke überwinden. Es gibt auch die Strecke von Isshida und Tokugawa, und dann können wir es nicht verabschieden, aber es gibt nur die Strecke zu verabschieden. Ey, besessen durch Hinesumi, durch Geistheilung. Ist das eine Ratte oder was ist das? Keine Ahnung, sehen wir jetzt. Gibt es erstmal noch die Abrechnung. Sir Anjin, ich kann dir nicht genug danken, das sagen sie immer. Eigentlich hätten die Kikawa und Kobayakawa das allein schaffen müssen, aber nein, ich will nicht mehr davon reden. Gestatte mir dir als Zeichen meiner Dankbarkeit dieses Schwert zu leihen. Eine solche Klinge gehört in der Hand eines Samurai wie dir. Wenn ich es eines Tages geschafft habe, meinen Vater zu übertroffen, und ein würdiger Krieger gleich den Neo der alten Zeit zu werden, werde ich es wiederholen können. Okay. Aber dazu wird es nie kommen, deswegen bleibt das Schwert für immer in unserem Besitz. Die End. Plötzlich bekommt man das Schwert wohl immer wieder, wenn man diese Mission einfach nochmal abschließt. Und jetzt bekommt man aber dazu eigentlich nur noch Schmiedematerial, wenn man es nochmal macht. So, was gibt's Neues? Hinesumi. Ach wie süß. Die Hinesumi verleihen jenen Stärke, die sich großen Problemen gegenüber sehen. In der berühmten Geschichte vom Bambussammler stellte die Prinzessin Kaguya ihren Verehrern die Aufgabe, eine Hinesumi-Feuermaus zu jagen, um aus deren Fell einen Mantel zu fertigen. Ah. Einer der Freier versuchte, die Aufgabe zu lösen, indem er einen solchen Mantel einfach kaufte, schaffte es aber nicht. Vielleicht hätte er es geschafft, wenn er sich der schwierigen Aufgabe entschlossen gestellt hätte, bis ihm eine Hinesumi zur Hilfe gekommen wäre. Hm. Ja, ähm, falls ihr jemals früher Inuyasha geguckt habt, Inuyashas, ähm, keine Ahnung, Anzug? Ähm, Outfit, sag ich einfach mal, äh, besteht ja auch aus, ähm, aus, äh, Feuerrattenfell? Heißt es da? Aber, ja, es ist ein Feuermausfell und deswegen ist das Zeug feuerfest. Und, äh, ja, das alles beruht natürlich auf der Sage von Prinzessin Kaguya. Ähm, ist eigentlich eine der bekannteren, äh, östlichen Geschichten. So, also sollte das Ding ja auch ein Feuerelementar sein. Vielleicht können wir uns das hier noch genauer angucken, wenn ich noch weiß, wo man die eigentlich wieder auswählt. Ich glaub im Schrein, ja genau. Gucken wir uns mal an, was das Ding kann. Geisterschutz, wie immer 20%. Onmyomagiekraft, damit fällt es praktisch direkt schon aus. Vor Feinden getarnt, ah, plus, wow, das ist gut. Feuerschutz, auch nicht schlecht. Und wenn ich meinen Geist jetzt noch appen würde, 18% Nahkaufangriff und 15% unbegrenztes Onmyo. Also für Magier auf jeden Fall ziemlich geil. Aber leider bin ich kein Magier und deswegen ist Hinesomi für mich nicht grad eine gute Wahl. Leider, leider. Bisher Kato ist einfach irgendwie am besten. Hier Riken ist auch nicht schlecht. Besonders halt gegen Blitzgegner und so. Aber bietet mir auch nicht ganz so viel wie Kato. Ach, was ist eigentlich hier mit Einsatzdauer und so ein Zeug? Also Feuer ist natürlich gleich. Angriffsverstärkung nur 3%, ist verdammt wenig. Aber höhere Einsatzdauer extrem wenig macht bessere Aktion. Wobei Aktion von Kato hat auch wirklich teuer ist. Bessere Regeneration, das ist sehr gut. Zähigkeit ist scheiße. Das heißt, du willst, wenn du den Geist einsetzt, auf keinen Fall getroffen werden. Das ist er wahrscheinlich sofort weg. Aber Amrita Rate A+, richtig geil. Also für Amrita zu farmen auf jeden Fall eine Option. Besonders wenn man halt im Gebiet ist, wo der Feuerschutz sich voll auszahlen kann. Aber so wäre sie jetzt bei weitem nicht. Und deswegen... Ja, Magier sind wir auch nicht. Deswegen bringt mir eigentlich nichts. So, Amrita haben wir jetzt sau, sau viel. Weil wir sie bei jedem Ableben retten konnten. Und darüber hinaus sehr, sehr viele PvP-Kämpfe. Kann man ja so eigentlich nicht sagen. Asynchrone PvP-Kämpfe gewonnen haben. gemacht haben. Und, äh, ja. Deswegen haben wir jetzt echt viel Amrita. So, weiter auf Körper erstmal? Oder... Oder sollte ich langsam wieder auf Fähigkeit und so weiter gehen? Es gäbe satte drei Samurai-Fähigkeitspunkte. Das ist schon echt viel. Hm. Ähm. Ich frag mich, was genau eigentlich der Qi-Impuls verbessert. Startbonus. Ah. Ich hab mich das gerade jetzt gefragt, weil wenn ich angreife, ne. Ähm. Ich kann ja mit dem Qi-Impuls nicht mehr Qi wiederherstellen, als ich hatte. Deswegen. Aber es ist wohl so, ähm. Dass du, ähm, wenn du den Qi-Impuls machst, wenn ich jetzt, ähm, angreife und dann sofort den Qi-Impuls mache, dann ist das mehr basierend darauf, wie stark der Qi-Impuls ist. Das ist jetzt ein bisschen umständlich, aber ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Oder, ähm, man kann es auch einfach so ausdrücken, ähm, dass das Qi lädt sich ja dann wieder auf und man muss das Timing finden, um so viel Qi wie möglich wiederherzustellen. Und das Ding läuft einfach schneller. So kann man es sich erklären. Das startet halt viel, viel, ähm, weiter vorne als normalerweise. So. Ähm. Jetzt habe ich aber immer noch kein Level abgemacht. Ich glaube, wir machen mal Körper und Fähigkeit. Was ist denn hier mit Geschicklichkeit? Ich würde mal den Jutsu-Kraft nochmal ordentlich steigern und nochmal mehr Fähigkeitspunkte und Kapazität. Ob das reicht, dass ich was Neues mit dem Kampf bezweifle? Ich. Ja, ich glaube, Fähigkeit bringt mir da mehr. Ich glaube, das bringt mir da echt erstmal mehr. So, machen wir mal. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie man halt jetzt so optimal seinen Charakter baut. Ich mach einfach drauf los und schau, was passiert. So, ich glaube, jetzt haben wir hier aber tatsächlich... Ach ne, hier ist noch die Verschwörer. Wo man wieder irgendein geiles Wasserschwert bekommt. Apropos Schwert. Was haben wir da jetzt eigentlich für ein Schwert bekommen? Das war, ähm, ich glaube hier dieses Chiromitsu? Oder? Ich guck einfach nach. Was war das? Jaja, das Chiromitsu. Also dieses Ding hier. Deutlich, deutlich stärker als meine Kusarigama. Und das, obwohl es noch keine Vertrautheit hat. Das ist schon ordentlich. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das Ding auch ein paar Level höher ist. Was haben wir noch gefunden, dieses Ding hier? Aber es sind halt alles Katana, das bringt mir nix. Gut. Dann schauen wir uns noch die Verschwörer an. Sa, Anjin, verzeiht, dass ich dich so oft herbeirufe. Ach, was soll's. Ich habe heute nach dir geschickt, weil mein wertvollstes Schwert von Banditen gestohlen wurde, die meine Sänfte überfielen. Und wieder ein Schwert weg. Ich bin unbeschattet davon gekommen, doch wie du weißt, ist das Schwert eines Kriegers so wichtig wie sein Leben. Ich brauche es zurück. Ich, Hideyaka, werde persönlich die Banditen auslöschen und mein Schwert zurückholen. Das dachte ich zuerst, aber als Oberhaupt des Krans wäre es unverantwortlich von mir, mich kopfüber in die Gefahr zu stürzen. Wer tätigst du das für mich? Also ich hätte ja jetzt gesagt, schick doch einfach deine Handlanger, aber hä, ich bin sein Handlanger. Ja, aber aus irgendeinem Grund kann man hier drei Kodama finden. Das ist eigenartig. Also es ist vielleicht eine längere Mission, aber naja, man kann da einiges an Zeug bekommen. Außerdem einen neuen Schutzgeist und Schutzgeister mögen wir wirklich sehr und deswegen nehmen wir die Nebenmissionen natürlich an. So, dieses unheilvolle Küstengebiet hat zahlreiche Schiffswracks hervorgebracht. Ob das an ungewöhnlichen Strömungen oder einer anderen, dunkleren Macht liegt, das weiß niemand. Was auch der Grund sein mag, unter den Einheimischen ist dieses Gebiet als Schiffsbethof bekannt. Origineller Name. Und damit nicht genug. In letzter Zeit wollen Seeleute hier Geister und Joker gesehen haben, die an den Ufern umherstreifen. Spooky! Schöne? 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 Zuerst nicht? Zuerst vielleicht? was steht ihr hier warum hallo backstab und was war das warum treffe ich nicht und getreten oh nice 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 da oben steht so ein scheiß schütze oh da ist noch wer da schießt noch irgendwer da ist ne fucking kanone oder so what the fuck die gegner kann ich da auch getrost liegen lassen ich wollte ja nur dieses item da haben okay so kann ich auch mal den special move anbringen so don't get short ich weiß dass man davon steht schon der nächste typ wenn es natürlich einfach snipen aber ehrlich gesagt ich glaube ich spare mir die munition lieber auf weil wir es hier mit mehreren schützen zu tun haben werden dass ich dann doch irgendwie lieber potenzielle angreifer aus der distanz kämpfen komm her du bist tot tatsächlich die ballern doch tatsächlich mit kanonen auch nicht was für arschlicher ja genau das meinte ich ouch na warte das kann ich auch wenn ich zum schießen komme heißt das he he oh gott oh gott wenn ich jetzt schießen könnte meine fresse juhu nein ist das denn ernst so jetzt aber meine fresse ey ich glaube ich brauche eine pause das war jetzt das war jetzt so lächerlich so kann ich nicht weitermachen ich fresse jetzt erstmal ein bisschen medizin dann sehen wir uns in der nächsten episode neo wieder genau hier und hoffentlich schieße ich in dieser episode dann besser als jetzt das war wirklich erbärmlich und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten episode neo wieder und dann erkunden wie diesen schiffsfriedhof und wahrscheinlich auch das was auch immer diesen schiffsfriedhof verursacht hat und nebenbei wenn wir auch noch irgendwas erschwert finden bis zum nächsten mal